Ein paar Real-Talk-Worte emotionaler Natur zu Beginn dieses Videos. Ich bin nicht verheiratet, ich war noch nie verheiratet und wenn es nach mir geht, muss das auch nicht sein. Mir ist aber bewusst, dass viele von euch das wohl anders sehen, dass manche verheiratet sind und dass selbstverständlich auch viele Autorinnen und Autoren verheiratet waren und daher über die Ehe geschrieben haben. Und ich möchte heute mal einen Blick auf unterschiedliche Ehe-Darstellungen werfen und habe mir daher sieben Romane rausgesucht, quer durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Mir ist aber jetzt schon aufgefallen, dass natürlich die meisten Werke tatsächlich von Frauen geschrieben worden sind, was uns auf einige spezielle Umstände dieses Themas führt. Denn ich denke, dass natürlich die Ehe auf der einen Seite so etwas ist wie ein großer Liebesbeweis an den Partner. Hey, ich binde mich an dich, mein Leben lang, im Idealfall. Aber für viele Frauen war das natürlich durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch eine Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg oder eine Möglichkeit, sich finanziell abzusichern, die eigenen Kinder moralisch oder eben gesellschaftlich abzusichern. Und daher halte ich es eigentlich für selbstverständlich, dass gerade Frauen sich diesem Thema gewidmet haben. Nicht nur, ich habe auch männliche Autoren gefunden, aber ganz große, sehr bekannte Eheromane sind auch von Frauen geschrieben worden. Und deswegen werde ich heute mal nicht über Flaubert reden, auch nicht über Theodor Fontane. Nein, es geht mir um andere Werke. Und wir beginnen übrigens bei den grausamsten Büchern, also bei den Büchern, in denen die Ehe etwas ganz Fürchterliches ist. Ihr könnt ja gerade schon mal raten, welche Werke das wohl sein werden. Und wir kommen dann langsam zu den vielleicht realistischeren Werken oder zu den Werken, in denen die Ehe so dargestellt wird, wie das die meisten von uns wohl auch sehen. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es euch so geht wie mir. Und dann am Ende kommen wir zu den positiven Blicken auf die Ehe. Dort, wo das Zwischenmenschliche wirklich lebenslang glüht und wunderschön ist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, wir beginnen, wie gesagt, mit einer großen Werbung für Single-Dasein. Wenn ihr dieses Buch lest, dann wisst ihr danach, ich möchte am besten eigentlich überhaupt niemanden mehr kennenlernen. Ich fliehe vor allen Menschen, denn Menschen sind offenbar brutal grausam und sie hassen sich, wenn sie sich zu nahe kommen. Und damit geht es natürlich um Sturmhöhe von Emily Bronte oder im Original Wuthering Heights. Ich mag diese Betonung, diese Aussprache sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich habe mir bei YouTube so ein paar YouTuber angehört. Ja, Sturmhöhe. Ich glaube, es hat wahnsinnig viele Fans, dieses Buch, dieser Klassiker aus dem 19. Jahrhundert. Im Kern ist es eigentlich eine verhinderte Liebesgeschichte, denn Heathcliff und seine Adoptivschwester Catherine lieben sich, dürfen aber eben nicht zusammenbleiben aus gesellschaftlichen oder familiären Gründen. Und auch weil Catherine das offenbar zu Beginn nicht möchte und ja, deswegen wird Catherine heiraten. Sie heiratet einen Linden, Edgar Linden und weil Heathcliff das so verletzend findet, heiratet er einfach die Schwester von Edgar, also die andere Linden. Isabella heißt sie. Und jetzt ist diese Ehe von Heathcliff und Isabella von Anfang an geprägt von Hass. Er will sie wirklich fertig machen. Er will sie mit Worten, mit Taten fertig machen. Er will eigentlich die ganze Familie der Lindens auslöschen. Er will sie vom Erdboden tilgen. Also hier ist eine so große Wut, ein solcher Hass vorhanden, der sich offenbar aus dieser ersten Verletzung ergeben hat, dass er nicht seine geliebte Catherine eben vielleicht ehelichen konnte oder nicht mit ihr zusammen sein konnte. Und übrigens ist die Ehe zwischen eben jener Catherine und deren Ehemann Edgar auch nicht sehr viel besser. Denn sie fordert Heathcliff auf, er möge doch ihren Ehemann bitte ordentlich vermöbeln und verprügeln. Ja, und dieser Art ist also die Ehe bei Emily Bronte. Man kann sich nur vorstellen, dass dieses gesellschaftliche Konstrukt von Ehe also hier nicht ausreicht, um diesen ersten amorösen und emotionalen Impuls aufzufangen. Ja, also dieses Emotionale, was Emily Bronte eben erkennt zwischen Heathcliff und Catherine, das wird durch eine so schwache Institution wie die Ehe überhaupt nicht in Bahnen gelenkt. Und deswegen kommt es eben zu diesem großen, großen Konflikt und zu dieser Ehe, die in Hass endet. Eine ganz interessante Lektüre. Für mich bei weitem nicht so befriedigend oder toll zu lesen, wie ich das von vielen gehört habe. Aber ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Weiter geht es mit Marleen Haushofer, Die Mansarde von ungefähr 1960, glaube ich. Und darin stellt Haushofer eine Ehe dar zwischen einer Frau und einem Mann. Ja, es ist nicht mehr besonders glücklich. Beide leben eigentlich nebeneinander her. Man hat sich nichts zu sagen. Die Frau ist auch Hausfrau, muss sich also um das Haus kümmern. Sie ist auch Mutter, aber ansonsten ist sie eigentlich relativ trist, trostlos, unglücklich in dieser Ehe. Und sie hat ein Zimmer für sich gefunden, eben die Mansarde, die titelgebende Mansarde. Und daher hat es vielleicht auch so ein bisschen Anleihen an Virginia Woolf, ein Zimmer für sich alleine. Und dort kann diese Frau also noch zeichnen, sie kann schreiben. Und dort ist sie ansatzweise vielleicht nicht glücklich, aber sie ist weniger unglücklich als mit dem Ehemann. Und das ist ein Blick auf eine Ehe, die natürlich absolut geprägt ist von einer Monotonie, von einem nicht erfüllten Wunsch, von Liebe, auch von vielleicht Verbesserung der eigenen Situation oder dem Ausleben der eigenen Talente. Denn das, was sie dort tut, das Zeichnerisch-Malerische, das macht sie wirklich nur für sich. Der Mann unterstützt sie dort also nicht. Ein sehr trister Blick auf die Ehe, aber ich denke, einer, der vielleicht auch bei vielen Leserinnen der Zeit auf jeden Fall sofort erkannt wurde als das eigene Leben. Ich denke, dass es viele Frauen gab, die eben unter ähnlichen Bedingungen eine Ehe geführt haben oder natürlich auch immer noch führen. Also man lebt sich auseinander, man hat sich eigentlich nichts mehr zu sagen, aber wegen der Kinder bleibt man halt zusammen. Helene Böhlau, der Rangierbahnhof, um 1900 veröffentlicht. Hierin geht es um Olli, eine junge Frau, auch eine Künstlerin. Eine Künstlerin, die sich ihr Leben eben nach eigenen Vorstellungen erstreiten möchte. Sie will kreativ sein, sie will in der Stadt umherflanieren, sie will Bars kennenlernen, sie möchte Menschen einfach kennenlernen, mit Menschen plaudern, Dinge beobachten und diese dann eben zu Papier bringen und große Gemälde anfertigen. Ihr Problem ist nur, dass sie einen Mann kennenlernt, Gastelmayr, auch ein Künstler, und sie verliebt sich in ihn. Und so wird sie sich auf ihn einlassen, die beiden führen eine Ehe. Aber relativ schnell wird klar, dass Gastelmayr einfach diese konservativen, diese bürgerlich-traditionellen Vorstellungen hat. Eine Frau hat sich um den Haushalt zu kümmern, sie soll sich um die Kinder kümmern, sie soll halt möglichst auch schwanger werden und sich eigentlich nur so im Häuslichen einrichten. Ja, also nach Simone de Beauvoir natürlich wieder die Immanenz. Die Frau soll sofort in die Immanenz hineingedrückt werden, in die eigene Immanenz der Häuslichkeit. Und der Mann soll weiterhin natürlich nach draußen gehen. Das will Olli allerdings nicht. Und an diesem Zwiespalt werden sich dann diese beiden Menschen natürlich auch reiben. Es wird nicht glücklich enden. Ja, denn Olli möchte emanzipiert leben, sie will sich verwirklichen. All das will aber ihr Ehemann nicht. Und damit ist das natürlich auch ein wichtiger Roman, einer, der mich jetzt aus literarischen Gründen nicht wirklich glücklich gemacht hat, aber ein wichtiger Roman für die gesellschaftliche Stellung der Frau. Und er hat natürlich auch dieses gesellschaftliche Klima der nächsten Jahrzehnte doch ganz gut vorhergesehen. Denn ich denke, das emanzipatorische Thema rund um Frauen, die sich etablieren wollen in ihrem Leben, das ließ ja nicht nach, das wurde ja eher stärker. Elena Ferrante, die Geschichte der getrennten Wege. Ja, das ist jetzt stellvertretend der dritte Teil der Neapolitanischen Saga. Und es gibt in diesen vier Werken so wahnsinnig viele Beziehungen, so viele Ehen, dass man gar nicht genau weiß, worauf man sich konzentrieren soll. Man könnte natürlich einfach Elena nehmen und ihre Ehe mit Guido. Ja, denn die beiden sind eher so links, sie sind beide schriftstellerisch unterwegs, sie interessieren sich für die politischen Umstürze und Entwicklungen der Zeit, leben also relativ modern, könnte man sagen, oder eben, ja, vielleicht progressiv, avantgardistisch. Und hier wird die Ehe dargestellt als etwas, was durchaus schon geprägt ist von eigenen Empfindungen. Also man muss nicht mehr nur auf die Eltern hören, anders als bei Lila, noch zwei Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt zuvor, die durchaus noch das Okay ihrer Eltern brauchte im Rione, ist das jetzt bei Elena nicht mehr der Fall. Aber Elena Ferrante zeigt uns eben, dass diese Ehe am Anfang natürlich geprägt ist von gleichen Interessen, von schönen Gesprächen, von tollen Nächten mit ganz viel wunderbarem Sex. Aber nach und nach verschwinden einfach ja diese chemischen Botenstoffe, auch die Zuneigung generell, auch der Respekt geht irgendwann flöten, weil man eben dann auch so dieses Einerlei des Anderen erkennt, vielleicht auch dessen Begrenzungen erkennt. Und dann verschwindet einfach langsam die Liebe. Und da man jetzt aber schon Kinder bekommen hat und natürlich auch zusammengezogen ist und finanziell irgendwie verwachsen ist, kann man sich nicht mehr einfach trennen, sondern es wird richtig unschön. Und das ist, glaube ich, so ein Blick, den wir heute noch haben, dass Ehen mit sehr viel Glück Jahrzehnte funktionieren, aber in den allermeisten Fällen nicht über vielleicht wenige Jahre hinauskommen. Und dann beginnt halt so der grausame Abstieg, besonders wenn Kinder da sind, ja, kommt es dann eben so zum Rosenkrieg, zu irgendwelchen ganz unangenehmen Scheidungsfällen mit sehr vielen weinenden Beteiligten. Und ihr wisst ja, ich mag Elena Ferrantes Reihe extrem gerne. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, denn sie schreibt über ganz, ganz viele verschiedene zwischenmenschliche Themen mit einer großen, ja, Ehrlichkeit. Noch ein bisschen positiver ist der Blick auf ihn in meinen Augen bei Jane Austen bei Stolz und Vorurteil. Das ist vielleicht der Eheroman schlechthin. Auch hierin gibt es zahlreiche Vorstellungen und Darstellungen von Ehe. Und ich glaube, dass das sozusagen der, eigentlich der Schwerpunkt von Jane Austen hierin ist. Sie möchte Facetten von Ehe darstellen. Zum einen sind da eben generell mal diese fünf Bennet-Töchter. Jane ist am Anfang verliebt in Mr. Bingley. Er ist auch verliebt in sie. Das wird jetzt allerdings ein bisschen dauern, bis die beiden dann heiraten können. Dann gibt es noch Elizabeth, unsere Protagonistin, auch wenn sie nicht unsere Ich-Erzählerin ist. Sie steht auf den ja mittlerweile in der Literaturlandschaft berühmt gewordenen Mr. Darcy. Der ist allerdings so von seiner Persönlichkeit sehr schroff. Auch Elizabeth ist in gewisser Hinsicht sehr schroff. Sie ist intelligent, aber damit geht auch so eine gewisse schnippische Haltung einher. So eine sehr kritische Behandlung von Ehelichkeit oder von Zwischenmenschlichkeit, die sie auch immer wieder zum Besten gibt, gerade gegenüber ihren jüngeren Geschwistern. Denn Lydia zum Beispiel ist eben auch eine Protagonistin dieses Romans, an der sich eine negative, schlechte Ehe erkennen lässt. Sie wird nämlich Mr. Wickham heiraten. Und deren Ehe steht aus verschiedenen Gründen eben unter keinem guten Stern. Und ich denke, dass Jane Austen hierin wirklich versucht hat, ganz unterschiedliche Darstellungen der Liebe und der Ehe eben zu zeigen, um auch so eine gewisse wünschenswerte Verwandlung von Ehe darzustellen. Denn viele erkennen darin ja so die romantischste Liebesgeschichte überhaupt zwischen Lizzie und Mr. Darcy. Das war es für mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Für mich war das eher so die Darstellung von gesellschaftlichen Bedingungen, von diesem familiären Kontext. Man kann nicht einfach irgendjemanden heiraten. Das muss natürlich auch abgesegnet werden von Mutter und Vater. Dann aber natürlich auch die Bedeutsamkeit von finanziellen Aspekten. Man heiratet nicht irgendjemanden. Der muss schon seine 5000 im Jahr machen. Also hier ist eben die monetäre Seite auch vorhanden, also diese gesellschaftliche Seite. Und all das wird jetzt aber doch versucht, mit einer gewissen amorösen Ebene zu verbinden. Denn es soll ja nicht mehr nur diese rein wirtschaftliche Ehe sein, die von Jane Austen hier jetzt sozusagen als das moderne Ideal postuliert wird. Nein, es muss eben auch noch ein erotischer, ein amoröser, ein moralischer Kern enthalten sein. Ja, und damit bewertet Jane Austen natürlich auch die Ehe unterschiedlich. Mal ist die natürlich das absolute Ideal und Menschen müssen eine Ehe finden, weil sie nirgends sonst so glücklich werden wie mit Mr. Bingley oder wie mit Mr. Darcy. Aber Ehe kann auch scheitern, wenn man einfach nicht weiß, wie man die Ehe anpacken soll. In meinen Augen ist das eine gesellschaftlich total spannende Lektüre, die für mich aber aus verschiedenen Gründen nicht so richtig hingehauen hat, was mein individuelles Lesevergnügen angeht. Aber insgesamt ist dieser Roman hier, Stolz und Vorurteil, ein Roman, dessen zentral angelegtes Ehethema, dessen so breit und vielfach angelegtes Ehethema, ich total spannend fand. Die Enkelin von Bernhard Schlink, darin geht es um den etwa 70-jährigen Kasper, dessen Ehefrau Birgit vor kurzem gestorben ist. Und er erinnert sich an eine eigentlich sehr glückliche Ehe. Er hat seine Ehefrau geliebt, sie haben sich respektiert und geachtet, also ein insgesamt sehr positiver Blick auf eine Ehe. Allerdings wird auch hieran, denke ich, etwas sinnfällig, was bei der Behandlung von Ehen auch häufig in den Vordergrund tritt, nämlich eine retrospektive Erkenntnis, dass der Ehepartner, mit dem man Jahrzehnte verbracht hat, doch nicht genau die Person war, für die man ihn oder sie hielt. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Spannungsverhältnis, das sich häufig aus der Behandlung dieser so engen Verbindung ergibt, dass man nämlich den Reiz darin sieht, zu sagen, naja, trotz dieser Ehe, trotz des gemeinsamen Schlafens in einem Bett über 40, 50 Jahre hinweg, gibt es noch ein paar Aspekte in der Persönlichkeit, die ein Ehepartner für sich allein reklamieren konnte, die er oder sie dem anderen nicht offenbart hat. Und genau das passiert hierin, denn Kaspar erkennt, dass Birgit eben auf der einen Seite erstmal schriftstellerische Ambitionen hatte, von denen er nichts wusste, dass sie aber eben auch ein Kind hat. Und das führt uns dann eben zu den weiteren Ereignissen rund um diese Enkelin. Ich fand die Darstellung hier bei Bernhard Schlink, die Enkelin, also sehr wohlig, sehr warm, sehr angenehm, denn selbst die Erkenntnis, dass seine Frau, seine verstorbene Frau gewisse Geheimnisse hatte, die stört ihn eigentlich gar nicht so sehr. Und ich finde, darin zeigt sich dann auch so am Ende eines Lebens eine gewisse Reife, dass man erkennt, selbst wenn der andere nicht die Person ist, die ich mir vorgestellt habe, mindert das nicht meine Liebe, im Zweifelsfall vergrößert es sie eher, weil ich ja erkenne, was Leben bedeutet und dass ich nicht alle Facetten meiner selbst anderen Menschen auch immer offenbaren muss oder möchte. Ja, also irgendwann ist halt die Erkenntnis, dass ein Mensch, der geliebte Mensch, vielleicht auch der Ehepartner einen betrogen hat, gar nicht mehr so zentral. Denn dieses Detail findet sich hierin auch, Birgit hat offenbar mal Sex gehabt mit einem Menschen, davon wusste er nichts, aber das ist für ihn gar nicht so schlimm. Und wenn wir das damit vergleichen, wie man das mit Mitte 20 vielleicht bewerten würde, dann muss man schon erkennen, darin liegt auch eine Reife. Zu sehen, wir sind nicht diese Puppen füreinander, wir sind nicht der Puppenspieler des anderen und können ihn oder sie eben genauso bewegen, wie wir das wünschen. Die Wege unserer Existenz sind vielleicht nicht immer unergründlich für uns, aber sie dürfen durchaus auch mal im Geheimen vollzogen werden. Und das ist für mich eine sehr schöne Lektüre gewesen, eine Lektüre, in der es eben auch um die Ehe geht. Ja, und dann haben wir hier noch die wahrscheinlich positivste Darstellung von Ehe, wie ich sie in den letzten Jahren gelesen habe, nämlich Saturday von Ian McEwen. In diesem Buch geht es ja um einen einzigen Tag im Leben des Neurochirurgen Henry Perrone, der sehr elaboriert, der sehr feinfühlig auch davon berichtet, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er mit seinen eigenen Wünschen, Hobbys umgeht, auch mit seiner Ehefrau eben. Seine Ehefrau heißt Rosa Lindh, sie ist wie er, ja, beruflich aktiv, sehr erfolgreich, sie blüht auf in dem, was sie macht. Sie ist also immer noch voller Energie und Leidenschaft bei der Sache. Ja, hier gibt es keinerlei vielleicht Ablösungserscheinungen voneinander. Nein, die lieben sich noch wie am ersten Tag im Prinzip, die wachen nebeneinander auf und sein erster Blick richtet sich nicht nach dem Wecker oder vielleicht nach den Sternen draußen hinter dem Fenster. Nein, erstmal schaut er seine Ehefrau an und vergewissert sich, dass sie schläft, dass es ihr gut geht. Die telefonieren am Tag über mehrmals oder schreiben sich zumindest. Also seine Gedanken sind immer wieder auch bei seiner Ehefrau Rosa Lindh und das ist natürlich eine Vorstellung von Ehe, wie sie idealtypischer gar nicht sein könnte. Ich finde das überhaupt nicht kitschig, warum denn auch? Es gibt Ehen, die genauso funktionieren, die sich einfach gefunden haben in jungen Jahren und die bis ans Lebensende erstmal Respekt voreinander bewahren oder eben auch eine menschliche Güte füreinander beherzigen bis ans Ende und die eben durch die Kinder vielleicht noch enger aneinander geschweißt werden und die wirklich tatsächlich neben ihrer Ehe auch noch beruflich aktiv sind und aufgehen in ihrem Job, die auch noch Hobbys haben und Freundschaften pflegen, aber die eben immer wieder wissen, so mein Fixstern, mein Zentrum ist genau dort und dort muss ich immer wieder hin und will ich auch immer wieder hin. Und deswegen, Saturday ist für mich die positivste Vorstellung und Darstellung einer Ehe, wie ich sie in den letzten Monaten gelesen habe. Aber wie gesagt, ich vergesse natürlich auch so die emotionalen Details von Geschichten doch nach einer Weile. Das hier sind jetzt nochmal diese sieben Ehegeschichten auf einen Blick und ich möchte natürlich von euch wissen, habt ihr ein Werk davon gelesen? Habt ihr es ähnlich empfunden wie ich, was jetzt eben die Behandlung dieser Ehe-Thematik angeht? Oder kennt ihr auch noch ein anderes Werk, ein anderes Buch über die Ehe, das auf jeden Fall auch noch in den Kanon der Thematik gehört? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.